Meine lieben Mitmenschen, herzlich willkommen, Montag, der 22. März. Ende September, wenn Gott will, geht hier der Synodale Weg einen großen Schritt weiter. Und ich möchte wieder dabei sein und mit ganzer Leidenschaft versuche ich, diesen Weg, den Weg zu ebnen, soweit es in meinen Kräften liegt. Und meine auch andere, die bei Verstand sind, sollten das mitbetreiben, auch wenn Covid-19 den Weg schwierig macht und er auch unter manchem Sperrfeuer liegt und von Rom sehr skeptisch betrachtet wird. Mein Hauptanliegen ist, dass die Kirche als Volkskirche erhalten bleiben kann. Und das setzt eine Zeitgenossenschaft ihrer Vertreter und auch ihrer Organisationsformen voraus. Sonst geht es nicht mit der Volkskirche. Und warum brauchen wir Volkskirche? Zum Beispiel, damit wir Kreuze im Gerichtssaal behalten. Immer wenn ich Berichterstattung aus deutschen Gerichtssälen sehe, dann fällt mir das ins Auge und ich denke mir, wissen wir eigentlich, was das für ein Privileg ist, im Gerichtssaal, wo Recht gesprochen wird, und erinnert zu werden an die Kriterien des Evangeliums, die auch für Rechtsprechung gelten. Ein Kronjuwel dieser Kritik an menschlicher Selbstgerechtigkeit ist heute Evangelium. In jener Zeit ging Jesus zum Ölberg. Am frühen Morgen begab er sich wieder in den Tempel. Alles Volk kam zu ihm. Er setzte sich und lehrte es. Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu ihm, Meister, diese Frau wurde beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt. Mose hat uns im Gesetz vorgeschrieben, solche Frauen zu steinigen. Nun, was sagst du? Mit dieser Frage wollten sie ihn auf die Probe stellen, um einen Grund zu haben, ihn zu verklagen. Jesus aber bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie hartnäckig weiterfragten, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe als erster einen Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie seine Antwort gehört hatten, ging einer nach dem anderen fort, zuerst die Ältesten. Jesus blieb allein zurück mit der Frau, die noch in der Mitte stand. Er richtete sich auf und sagte, Frau, wo sind sie geblieben? Hat dich keiner verurteilt? Sie antwortete, keiner, Herr. Da sagte Jesus zu ihr, auch ich verurteile dich nicht. Geh und sündige von jetzt an nicht mehr. Das Sätzchen in der Mitte, wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Das macht nicht viel her von sich rhetorisch, aber wenn man das auf sich wirken lässt und dem auf den Grund geht, was hier gesagt wird, dann spürt man erstens Hochachtung für die, die dann weggehen. Die Ältesten zuerst, heißt es, die mit der meisten Lebens- und Selbsterfahrung. Und man spürt auch, wie hier die Grundlagen menschlichen Urteils über andere Menschen ins Wanken geraten. Wer wäre dann ich, das ich über andere urteilen könnte, wenn das das Kriterium ist, ob ein Urteil legitim ist oder nicht? Für mich ist das vor allem ein Argument gegen die Todesstrafe. Keiner von uns kann das verantworten, diese Strafe über andere Menschen zu verhängen. Letztlich liegt alles Urteil bei Gott, der allein der Heilige und allein der Herr ist. Gott sei Dank also können wir mit der Frau sagen, keiner hat mich verurteilt und uns vom Herrn sagen lassen, auch ich verurteile dich nicht, aber jetzt gehe und sündige hinfort nicht mehr. Gott segne und behüte sie alle. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!